Hallo und herzlich willkommen bei Mathe mit Rick. Ich bin Rick und ich mag Mathe. Ich arbeite als Lerncoach und Lernen macht mir richtig viel Spaß. Auf meinem Channel möchte ich dir mit viel Leichtigkeit und Ruhe Mathe vermitteln. Du wirst viele mathematische Erklärvideos finden. Brüche, Flächeninhalte, Potenzen, Logarithmen, Integrale, Gefeldertafe, all diese schönen Dinge. Ich stelle mir immer diese eine Frage. Wie werde ich besser in Mathe? Wie werde ich wirklich besser in Mathe? Und meine Antworten möchte ich mit dir teilen. Die Aspekte sind für mich wichtig. Struktur, Interaktion, Motivation und vor allem Spaß. Das bringe ich mit und ich trete an, um dich zu unterstützen. Lass uns dein Mathe-Ich aufs nächste Level bringen. Bist du dabei? Abonniere diesen Channel und wir werden gemeinsam besser in Mathe. Ich habe richtig Bock. Lass es dir gut gehen. Ciao und tschüss. Dein Rick